Manchukuo, auch Manchukuo oder Mansuteikoku genannt, war ein von Japan errichtetes Kaiserreich in der Manchurei. Es bestand vom 1. März 1932 bis zum 18. August 1945, wurde aber international nur von 23 Staaten anerkannt. Sein Herrscher war Puyi, der frühe Kaiser von China gewesen war, 1932 Präsident und 1934 Kaiser von Manchukuo wurde. In der Volksrepublik China und für viele Historiker gilt Manchukuo als Marionettenstaat. Entwicklung Das Kaiserreich Japan hatte nach dem 1. japanisch-chinesischen Krieg Korea als Einflussbereich gewonnen und interessierte sich für die Rohstoffvorkommen aus der Manchurei. Durch die bis 1900 erfolgte Besetzung dieses Gebietes durch Russland sah sich Japan jedoch in seinen Plänen gestört. Nachdem der japanische Botschafter 1903 vergeblich einen Rückzug der russischen Truppen aus der Manchurei und die Anerkennung der japanischen Interessen in Korea gefordert hatte, mündeten die stetig gewachsenen Spannungen 1904 schließlich in den russisch-japanischen Krieg. Japan konnte diesen für sich entscheiden und Russland musste die Manchurei räumen, die offiziell wieder an China zurückgegeben wurde. Japan sicherte sich jedoch großen Einfluss und baute die südmanschurische Eisenbahn, um Rohstoffe aus der Manchurei nach Korea bringen und von dort nach Japan verschiffen zu können. Die Eisenbahn wurde von der japanischen Quantum-Armee beschützt. Nach der Weltwirtschaftskrise sahen viele japanische Militärs eine Lösung der Probleme durch eine weitere Expansion in Richtung Manchurei. Die Manchurei besaß zwischen 1916 und 1928 unter dem Kriegshirn Sanzuolin die de facto Unabhängigkeit gegenüber China. Seng wurde jedoch bei einem Bombenanschlag durch Oberst Komuto Daisaku der Quantum-Armee getötet. Und die Manchurei konnte von der Kuominting unter Chiang Kai-shek, der in der Nord-Expedition bereits seit 1926 einen Krieg gegen Seng führte, zurückerobert werden. Okkupation und Gründung nach dem von Japan inszenierten Mukden Zwischenfall vom 18. September 1931 kam es zur Manchurei-Krise und die Quantum-Armee besetzte ohne größere Rücksprache mit der japanischen Regierung die Manchurei. Unter japanischer Einwirkung erklärten lokale Notablen am 18. Februar 1932 die staatliche Unabhängigkeit. Diese Okkupation wurde von den USA durch die Hoover-Stimson-Doktrin verurteilt und der Völkerbund protestierte. 1933 wurde die chinesische Provinz Yehul, die nicht Teil der eigentlichen Manchurei ist, an den neuen Staat angegliedert. Japan versuchte, das Gebiet kulturell an sich zu binden und wirtschaftlich auszubeuten. So wurde die japanische Sprache offizielle Sprache und Shinto die offizielle Staatsreligion. Mit dem Eintracht-Verband sollte eine künftige staatstragende Partei aufgebaut werden. Wirtschaft und Infrastruktur wurden massiv ausgebaut. In Manchukuo war auch die Einheit 731 der japanischen Armee stationiert, die an biologischen und chemischen Waffen forschte und Menschenversuche unternahm. 1938 und 1939 fand ein bewaffneter Grenzkonflikt zwischen der Sowjetunion und Japan statt. Da Japan die Grenze der Manchurei weiter auf sowjetisches Gebiet auszudehnen versuchte. Die Sowjetunion und die mongolische revolutionäre Volksarmee konnten die japanischen Angriffe jedoch abwehren. In der Folge versuchten die Japaner, ihre Einflusssphäre in Richtung Süden weiter auszudehnen. Im Zweiten Weltkrieg gehörte Manchukuo wie Japan zu den Achsenmächten. Bis Mitte 1945 fanden aber auf dem Gebiet Manchukos praktisch keine Kampfhandlungen statt. Da Japan und die Sowjetunion keinen Krieg gegeneinander führten und die Kämpfe zwischen Japan und China weiter südlich stattfanden. Auf der Konferenz von Yalta im Februar 1945 verpflichtete sich Stalin auf Drangen-Roswells dazu, 90 Tage nach dem Kriegsende in Europa in Vernoss den Krieg zu beginnen und Japan und seine Verbündeten anzugreifen. Der Termin wurde von der Roten Armee auf den Tag genau eingehalten. Ab dem 8. August 1945 wurde Manchukuo von sowjetischen Truppen in der Operation Auguststurm besetzt und 1946 gemäß den alliierten Kriegszielen an. Die Republik China zurückgegeben. Entgegen den westalliierten Erwartungen gelang es der nationalchinesischen Regierung aber nicht, die Manchurei unter ihre Kontrolle zu bekommen. Mithilfe der Sowjetunion bauten die chinesischen Kommunisten die Manchurei zu ihrer Machtbasis aus. Die Fortsetzung des chinesischen Bürgerkrieges und schließlich der Sieg der chinesischen Kommunisten stehen mit der zeitweiligen sowjetischen Besetzung daher in engem Zusammenhang. Internationale Anerkennung Nur 23 der damals rund 80 Staaten der Welt erkannten Manchukuo völkerrechtlich oder diplomatisch an. Der Völkerbund erklärte, dass Manchukuo völkerrechtlich ein Teil der Republik China sei und bleibe. Dies führte nach dem Bericht der Lüthorn-Kommission zum Austritt Japans aus dem Völkerbund am 27. März 1933. Diplomatisch anerkannt wurde Manchukuo. Von folgenden Staaten und Regierungen Polen de facto Anerkennung ab 19. Oktober 1939 und 30. die 1942 zurückgezogen wurde. Vichy Frankreich Dominikanische Republik Philippinen Ab Oktober 1943 Als 24. diplomatische Anerkennung kam noch Ende Oktober 1943 die japanische Marionetten-Exil-Regierung Indiens mit Sitz in Singapur. Hinzu Eine Regierung, der zwar auf dem Papier die japanisch besetzten Andamanen und Nikobaren unterstellt wurden, die aber de facto keine Staatsgewalt ausübte, Bevölkerung. Die Bevölkerung bestand zum größten Teil aus Manchukuo und anderen Chinesen. Japan versuchte in der Region verstärkt Japaner und besonders japanische Bauern anzusiedeln, was aber nicht gelang. Da der Lebensstandard in Manchukuo geringer war und die japanischen Landwirtschaftstechniken nicht für die Bedingungen in der Manchurei geeignet waren, Zwischen 1931 und 1937 siedelten sich nur 417.759 Japaner in Manchukuo an. Daher wurde mit dem Immigrationsplan eine Million Familien in 20 Jahren eine staatliche Förderung von 1.060 Yen beschlossen. Die japanischen Familien sollten besonders in den schlecht entwickelten Regionen im Osten und Norden angesiedelt werden. Die 1938 gegründete Manchurische Entwicklungsgesellschaft unternahm ein Ausbildungsprogramm für Japaner zwischen 16 und 19. Um sie an das Leben in der Manchurei anzupassen, etwa 19.000 Japaner wurden in dem Programm ausgebildet. Daneben waren die Japaner auch bemüht, Koreaner in der Manchurei anzusiedeln. Wirtschaft, Banken und Wirtschaftsorgane waren unter fester Kontrolle der Japaner. Japan investierte zwischen 1932 und 1942 rund 5,2 Milliarden Yen in Manchukuo. Eine ungewöhnlich hohe Summe für koloniale Investitionen im Vergleich mit europäischen oder amerikanischen Kolonien. Die Infrastruktur und die Städte wurden massiv ausgebaut und modernisiert. Die Industrialisierung wurde vorangetrieben. In Manchukuo experimentierte Japan erstmals mit Hochgeschwindigkeitszügen. Da die japanischen Schienen wegen ihrer Schmalspurbauweise dafür nicht geeignet waren. Der Aishia fuhr ab 1934 eine Spitzengeschwindigkeit von 120 km pro Stunde zwischen Dairen und Xinjiang, Shinkyo und war voll klimatisiert. Manchukuo besaß auch eine nationale Fluggesellschaft, die Manchuria Enviation Company. Der größte Teil der Wirtschaft bestand aus Landwirtschaft, die staatlich kontrolliert wurde. Mehr als die Hälfte aller Exporte machten Bohnen und Bohnenprodukte aus. 1936 waren 85 Prozent der Exporte Landwirtschaftsprodukte. Ein weiterer wichtiger Wirtschaftszweig war der Abbau von Rohstoffen, besonders von Erzen und Kohle. Die Schwer- und Bergbauindustrie war unter Kontrolle der Südmanschurischen Eisenbahngesellschaft. Außerdem wurden die meisten Investitionen und Geldtransfers von der SMI organisiert und verwaltet. Dies führte zu einem Machtkampf mit der Guangdong-Armee, die schließlich 1937 zusammen mit Nissan ein Monopol auf die schwere Industrie gründete und diesen Sektor so der SMI entzog. Zwischen 1932 und 1936 wurden Monopolfirmen gegründet, die in bestimmten Sektoren ein Monopol einnahmen. Darunter die Manschurische Bank und die Manschakuo National Airways. Japan exportierte dagegen besonders schwere Industrieprodukte nach Manschukuo. .